ok hallo wir sind hier wieder bei Mario & Luigi letztes mal haben wir hier diesen komischen felsstrahler besiegt jetzt können wir hier weiter und müssen das gar nicht finden ja und dann noch vielleicht den flugosaurus falls der irgendwo da in einem bergen ist ich glaub sie haben gesagt er ist am gipfel und da lange nichts gehört oder so genau hab nicht so gut aufgepasst ist ja egal und prinz marmek ist immer noch entführt wo der wohl ist keine ahnung vielleicht finden wir ihn ja irgendwo mal zufällig am boden oder so ja aber ich wäre froh darüber wenn wir ganz viel geld finden würden oder so naja aber gehen wir mal weiter also oh was passiert hier wenn ich hier drauf drücke oh mein gott war das schwer oh ein gegner den mach ich fertig oh mein gott ein neuer gegner was ist das rex rex ist lateinisch in teils könig hey der wird ja flatter das ist ja ganz klein oh shit aber trotzdem noch stark ok jetzt ist er tot du ist auch tot ok und luigi ist level 7 ja wie viel gpp oh das sieht gut aus komm 3-3 ja ich glaube jetzt habe ich zum ersten mal 3 geschafft oder genau ok warte kurz ähm naja das mit mache das geht noch ok ok wie sollen wir das ding jetzt löschen naja oben war im grunnen ist irgendwie es da mal äh ok oh so kommen wir da drauf ok 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 wollen wir uns fordern oh mein gott ok jetzt den blatt kommen wir auch drüber doch nicht komm wir so hoch was ist da eigentlich diese treppe oh so kommen wir hier hoch ok ich habe eben klar ja ich weiß ich höre mich nicht so an als ob ich einen plan hätte aber das gibt es doch nicht wartet kurz ok ich habe es jetzt doch geschafft ich meine da habe ich wieder lange zeit verbraucht ok für einen sirup war das gerade ein sirup oder ja ok ok dann lass mach ich du bekommst wieder was zu trinken luigi muss ja verdursteln ich meine wann trinkt der bitte schön hat der überhaupt schon mal gegessen musste ich luigi schon mal heilen genau so und so durch diesen geheimgang da hinten kommt der pole von talz hier hin und löst auch diesen mordfall der durch zu viel rauch entstanden ist oh mein gott ich glaube diese dinge halte ich nicht mehr lange aus die sehen einfach so beschissen aus ich grusel mich nicht mehr moment take 2 ok so und da kommen wir jetzt weiter ja nein ok take 3 ah hier müssen wir ok mehr rum bin ich auch weh was sind wir sind wir etwa schon am gipfel ok noch nicht ganz auf ok warte kurz ich hör schon an mario den pilzer haben wir eh viel zu viel ok ok denn mario kann bei den knochen trocken irgendwie schwerer ausweichen kommen vor ja weil irgendwie ist dann der kopf der da vorbeifliegt von denen schneller so kommt es mir jedenfalls vor ok ey das ist ja fies wenn sich der wibelsturm bewegt aber wir haben es trotzdem geschafft ok es sind so viele sinnlose treppen sind wir jetzt am gipfel immer noch nicht ok eigentlich müsste ich in diesem part glaube ich noch ganz rauf auf den gipfel kommen warte dich mal bei noch die fertig da ok mehr ist hier nicht ok komm hier rauf bitte ok nein er war zu schnell und los geht's oh shit das timing muss schon passen nein zu knapp ich will nämlich möglichst weit kommen jetzt ok zum gipfel warnung weil das wirbeln gefährdet die gesundheit rauchen rauchen gefährdet auch die gesundheit und diese klotze von gyroiden oder wie die aus animal crossing heißen rauchen ja auch das gibt's doch nicht war doch schon drin ok ok moment mal ist das auf einer höheren ebene ne müssen wir das so wartet oh da müssen wir hin ok so wo sind wir jetzt pils oh ok wir haben uns irgendwie vorm kampf gestapelt da oder da geh ich lieber nicht was muss ich jetzt ma ok da kommt drauf das ist gut ich war da drin was was also manchmal verstehe ich das spiel hey warte ist das da vorne da unten nein das kann doch nicht viel schloss sein ich meine wir sind oder sind wir bis ins pilz können ich reich keine ahnung was das da ist ok ok pils sirup ok man was mache ich denn hier und hier geht's drauf jetzt sind wir aber beim Gipfel oder ja ok ich glaube wir sind beim Gipfel so dann ziehen wir uns mal nach dem Speicherblock um naja Speicherblock das ist ein Speicherblock oder warte schauen wir noch hier durch oh hier können wir uns umsehen über Bohnenland wir sind in Wüste das ist das sieht aus wie ein Atomkraftwerk keine Ahnung ok gut war ja sehr nützlich ok dann würde ich sagen wir speichern und das nächste Mal sehen wir nach was hier in der Mitte ist also bis zum nächsten Mal Lachberg Gipfel ok